Wie er da liegt, Alter. Beine breit. Ja. Komm, Möge. So lag ich gestern Abend auch auf dem Bett, weil es so warm war. Ja gut, das verstehe ich. Aber ich habe ja hier im Spiel schon nur so einen Badeschlübber an, weißt du? Einen Badeschlübber? Klingt richtig sexy. Geil, oder? Ja. Da wirst du doch horny gleich. Aber sowas von. Ich kann mich gar nicht mehr halten. So, ihr habt immer noch Futter, das finde ich toll. Ich werde überlegen, ob ich hier vor die Hühner Balken lege noch, dass auch wenn man das aufmacht, die nicht gleich sonst wohin rennen. Oh, die Kuh guckt durch die Tür. Hallo. Geil, jetzt können wir zweimal Milch melken. Milch melken? Milch melken. Aber wir haben nur einen Eimer. Ja. Kaufen wir nochmal einen dazu. Zur Not. So. Ich habe keine Eier. Ich werde jetzt einmal... Wie konnte ich das denn nochmal? Ich musste ja einfach nur hinrennen. Wie mache ich das denn? Da. Ja, ist ja gut. Na, hast du ihr weh getan? Ja. Er kabe zu doll ihre Nippel mal trätiert. Okay. Das ist... Danke für diese tolle Umschreibung. Ah, meine Nase juckt, ne? Wie Hölle. Habe ich das schon mal erwähnt? Eis drei, vier Mal. Immer beim Aufnehmen. So. Die Kühe und so brauchen neues Essen. Das heißt, wir müssen neues kaufen auf jeden Fall. So. Hier sieht es denn bei den Hühnern aus. Da ist auch Essen vorbei. Ich habe schon geschaut. Achso, Essen habe ich noch nicht geschaut. Ich habe nur noch Eier angepuckt. Sehr hell. Das heißt aber, wir brauchen ein neues Essen, weil hier ist auch bald leer. Der Balken, die wir mit Absicht nicht den Balken wegnehmen. Ist ja gut. Der muss da liegen. Du weißt, dass du nicht so weit laufen musst, ne? Hier liegen noch welche neben dem Haus. Jetzt habe ich Holz gefällt. Ach, Herr. Okay. Jetzt war ich eifrig. Was hast du denn vor? Ich will, da habe ich dir eben gesagt, ich will das ein bisschen abschirmen, dass wenn wir die Eier rausholen wollen, oder... Achso, hm? Dass sie nicht gleich abhauen. Ja, genau. Habe ich irgendwie überhört. Oder die Schilte rausmachen wollen. Oder schon wieder vergessen. Ja, macht nichts. Ah, das ist okay. Ich bin das ja gewohnt. Meinst du denn das jetzt? Das hat auch länger gedauert, ne? Ähm. So. Jetzt kann man nämlich so machen, warte. Und jetzt könnten sie, dürften sie eigentlich nicht rauskommen. Okay. Wir werden es jetzt testen. Ah ja, ich glaube, es klappt wirklich. Dann können wir das nämlich tagsüber auch auflassen. Haben sie etwas mehr Auslauf? Ich denke ja... Ne? Die Arme Hühnchen und so. Mhm. Kann man nämlich mal reingehen. Okay. Mal Scheiße sammeln. Deck machen. Ja, genau. Muss ich auch ganz dringend bei meinen Hühnern. Gut, gut. So. Spann durch. Ach, hier sind hier schon viele Hühner drin. Zack. Äh, Jodie hat... Ich glaube, Jodie hat das gesagt. Wenn man mehr als 20 Hühner hat, dann backen die ein bisschen rum. Okay. Ja, zur Not müssen wir mal welche schlachten. Und verkogen. Ja. Also wir haben hier drin vier, drei und den Hahn. Und hier draußen noch zwei. Also fünf Hühner und Hahn. Und drüben die Mutti. Oh, ich habe noch ein befruchtetes Ei. Ich glaube, sie ist sauer. Ja. Geh mal lieber rum. Geh mal lieber rum. Geh mal lieber rum. Zwei macht neun. Ich mach mir die Welt. Kommt dann in den Küken-Style, ne? Hey, Bibi, langstrumpf, holla hi, holla ho. Ja. Hopsa, ssa. Warte, ist da drüben hin. Ja. Los, hier ist nichts mehr drin. Gut, dann steig schon mal ins Auto. Hm. Komm, jetzt gleich. Hm. Ich mach grad noch schön. Ich bin sofort fertig mit schön machen. So. Reit. Alles klar. Bin hier halt schon wieder. Dann ist ja ein bisschen. Filter. Back. Meine Kohle ist leer. So. Mal hoffen, dass heute wieder so viel Fleisch unterwegs ist. Ach, das war ein Stein. Ah, du übst ein bisschen, ne? Mit dem Autofahren. Ja. Übrigens ist bald hier der Tool-Laden auch. Der kommt auch, glaube ich, mit dem nächsten Update sogar schon. Der Tool-Laden? Tool. Tools. Ach, Tools. Englisch für Werkzeuge. Was sollen wir hier mit dem Tattoo laden? Da raucht der Colt. Du schützt mich? Ja, 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 ja. Ich stehe hier zum Schutz. Keiner kommt an den Kaktus. Ach so, ich kann ja erstmal hier stehen lassen, so. Dann wissen wir, welche gerade in Gebrauch ist. So, ich komme dir hinterher. So, siehst du, jetzt ist aber nicht so gesagt, oh, so viele Tiere. Jetzt ist es ja nämlich gar nichts mehr. Ja, ja. Doch, da hinten. Warte, verscheuche ihn nicht. Jetzt kannst du ihn nicht mehr verscheuchen. Sehr gut. Da ist noch einer. Beim Grundstück. Beim Grundstück? Ja. Hinter mir war auch noch einer. Na, nimm doch erst den. Ich sehe den anderen jetzt auch gerade gar nicht. Aber er dich. Scheiße. Dieser mich auch. Oh, fuck. Hab sie. Okay, ich habe auch nachgeladen jetzt. Ja. Das mit dem Nachladen ist auch manchmal echt gemein. Ah, ja, vor allem gibt es manchmal zurück. Er, 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 er. Und es macht nichts. Er ist da. Könnten wir sie wenigstens auf der Straße und mussten nicht so weiter reinlaufen. Richtig. Mit dem Auto und der Kiste. Ist die Kiste voll? Ja. Wollen wir das Haus noch fahren? Ja, können wir mal wieder aufs Grundstück gucken. Aber da ist da noch nichts. Ja. Ja. Nicht runter. Aha. Achtung, da ist ein Stein. Das mag der Geländewagen nicht. Da war gar kein Stein, komischerweise. Nee, das ist nicht so richtig, ne? Nee, irgendwie nicht. Ich weiß nicht, was er da hatte. Ich fahr mal einmal hoch, dann drehen wir einmal, vielleicht spawnen neue. Jetzt hab ich das erst gesehen, Marcel. Nicht, dass du zu elektrisch auf der Kraken bist. Nein. Er mag nicht. Und ich mag nicht. Stopp. Warte. Ich hab geladen? Ich hab geladen. Halt, sonst werden nicht umgedreht. Jetzt weiß ich gleich mal, wo ich ihn gesehen habe. Ich glaube da. Da hinten. Hab ich. Ich hab nur noch zwei Geschuss, wollte ich mal sagen. Wir sollten Munition kaufen. Ben, kauf mir gleich mal Munition. Ja. Ich find's auch echt gemein, dass diese vier, wenn sie da manchmal auch angelaufen kommen, du hörst sie ja echt nicht, ne? Nee. Gar nix hörst du. Während du fährst, geh ich gerade einmal um die Ecke und hol mir noch mal eine Flasche Cola. Wir sind gleich wieder da. Ja. So tue sie dies. Jetzt kommt wieder Nebel. Das ist doch kacke. Nix zu holen mehr hier. Alles gut, ja? Und da ist Slidy hier? Ja. Okay. Hast du noch einen Bären gesehen? Oder was war da los? Nee, nee. Ich dachte, ich fahr mal ein bisschen weiter rein. Jetzt wegen Nebel. Wow. Wo seid ihr denn alle? Kluck, 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 kluck. Gibt es hier irgendwie einen Bärenruf oder so? Oh, da liegen überall Steine. Da komme ich doch nicht durch. Ah. Hätt ich mal unten geschaut? Ich schaue immer nach unten, ja? Oh Gott. Da gehe ich nicht drüber. Auch nichts. Ja. Wie mein Bäriges. Ist die Ausbeute heute ein bisschen schwächer? Hm. Fahren trotzdem mal los, wa? Oder wir gucken nochmal auf, fahren noch einen anderen Weg zurück und holen noch ein bisschen Hirsch oder Wolf, was uns begegnet. Hm, ich kann mal oben rumfahren. Ja, nimmst du mich erst mal mit? Wissen du. Warte, ich fahr mal auf die Straße. Da, stopp. Ich seh dich. Ach da. Ich bin mein Zwei-Stuss hier noch. Aha. Da hättest du höchstens einen Wolf mit erlegt. Ja. Da ist ein Hirsch. Rechts von dir. Jetzt ist halt kaum noch zu sehen. Wer ist da hoch? Da ist er. Nice. Jo. Aber jetzt müssen wir glaube ich tauschen, ne? Jetzt hab ich gar keinen Schuss mehr. Ja. Dann muss ich nach oben rauf. Ah, da ist noch ein Hirsch. Sehr gut. Wo? Da. Da. Nimmst du sonst die Truhe? Ja, ich nimm die Truhe. Ich versuch mir den schon mal zu krallen. Krall mir den mal. Ach, jetzt lauf doch nicht noch weiter weg. Ich und Otto fahren hier. F. Du schaffst das. Ich muss nur hin. Ach, du schreckst. Das rollt ja richtig blöd nach hinten wieder runter. Ich drehe mich nur um Halt. Du musst in andere Richtung. Hier, hallo? Ich seh dich nicht. Guck mal links von dir. Ein Stück links nach hinten. Ach, da! Oh, das war jetzt echt knapp. Ah, herrlich. Drehst dich um, guckst du mal, Ju, knack gegen den Baum. Nein, also wer macht denn sowas? Die ist ganz leer. Die ist ganz voll. Da passt nur noch ein Stück rein. Ich nehm mal die. Dann nehm ich kurz bei die andere. Soll ich ein Stück gleich noch liegen lassen? Wie die fast ist die volle? Wie jetzt? Was? Die rechte, da passt noch ein Stück rein. Ach so, okay. Ja, dann... Alles gut. Ich hab verstanden, du nimmst die, wo nur noch einer... Nee, nee. Und so. Okay. 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 So ein schöner Blick hier unten durch den Rasen an den Reifen und den Kanister. Wobei ich mir ins Auto setze. Herrgott. Deine Schlafhut, Marcel. Bis morgen bei unserem Minecraft Stream. Jutsnächtle. Stream, stream, stream. Ich bin Rasufe heute. Er ist ja noch mal Rasu. Er hat sich, glaube ich, nur verschrieben. Er wollte schreien. Ich weiß. Ich weiß, aber Rasu? Gibt es doch irgendwas. Gibt es nicht? Grasu? Was ist denn Grasu nochmal? Grasu? Der ist... Ich weiß nicht. Da hinten ist ein Hirsch. Der Drache, der Feuerwehrmann werden will. Ab ihn. Ja, sehr gut. 1A. Vier Schuss habe ich noch. Oh, den Campingplatz hier habe ich auch noch nicht gesehen. Nee. Da sollst du es einmal umschauen. Ähm, was suche ich? Er schaut sich schon um. Ja, ist nicht viel zu sehen. Echt nicht. Es ist alles noch sehr... Beta? Beta? Alpha. Alpha. Pri, 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 alpha. Okay. So gut. Wir müssen auch gucken. Ja, mach mal. Hier ist auch ein Steg. Oh, hier ist auch ein Steg. Eigentlich für die Eisenbahn. Ja. Die hier nicht weiterkommt. Nee. Ob ich sterben kann? Ich kann gar nicht weitergehen. Nee, nee, nee. Hier ist eine unsichtbare Wand, ne? Mist, scheißen Dreck. So, wird spät. Wir müssen so langsam... Nicht, dass unsere Tiere wieder angegriffen werden. Ich weiß nicht, dass wir mit diesem Boot auch nichts machen können. Aber wir könnten hier schlafen. Wenn wir wollten. Hm. Okay. Unser Auto. Grisou, ja. Siehste, da steht's. Hm. Ich will Feuerwehrmann werden. Hm? 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 Ich rolle uns mal hier so durch. Hm? Jetzt schaffst du schon. Einfach Gas geben. Der Baum gibt's nach. Ja. Ist ja nun eine verdammte Birke. Muss ich mal gerade schnell gucken. Wir fahren erst mal einfach den... Jetzt fährst du in die falsche Richtung. Fahr mal an die andere. Und einfach die Hauptstraße längs. So kannst du noch gucken. Wie viele Schuss hast du noch? Vier. Wüssten wir nicht hier links? Warte. Hier gibt's unser Ranch. Ja, wir wollen ja noch zum Autohaus hoch. Ach so. Ich fahr hier ruhig einmal rum. Hier so. Gott, oh Gott. Das lenkt auch so krass doll, ne? Ja, das ist ganz anders als das andere. Aber ich mein, Pinkel ist ja lieber. Passt nur nicht so viel rauf, ne? Das stimmt. Achtung, wir fliegen. Wuhu. Ich muss gestehen, ich geb auch kaum Gas. Ich lass fast nur rollen, ne? Und trotzdem sind wir nicht langsam. Nee. Stein. Wie war das? Man hat einen, ähm... Wo wollten wir hin zu welchen? Links. Stehen wir links? Man fährt in der Allee lang und es ist ein Baum und dann fährt gegen den Baum. Ach, die haben schon zu. Die ist gerade eingefroren. Was ist da passiert? Die haben schon zu. Oh, oh Gott, oh Gott. Es explodiert bei mir gerade. Was ist da? Was ist da? Weiß ich nicht. Oder darf ich nicht rein wegen meiner Knarre? Ja, okay. Wir müssen gleich nochmal unsere Milch holen. Ich hab schon gerade einen Follow bekommen und ich kann es gerade nicht sehen. Weil ich den Spalt, ach, da unten. Ach, oh je. Fährst du nochmal ein Stück zurück? Nee. Äh, danke. Ich kann es gerade nicht lesen. Ich bin gerade zu behäbig. Wie Fleisch. Die Zyphloden. So. Natürlich. Ja, ja. Wir müssen aber gleich nochmal hierher. Oder ich. Auf jeden Fall. Du kannst ja unsere Tiere schon mal einsperren und so. Ja. Ähm, weil... Muss ich mal das überbelangt haben. Es gibt auf Milch 1,9 links. Okay. Ja. Äh, gute Nacht, Ute. Ähm, klopp von unten an die Decke, wenn ich zu laut bin. Und mach mal Licht an, damit wir was sehen. Uah. Das Fernlicht. Das Gute. Es gibt nur ein Licht. Mhm. Das ist ja das Witzige irgendwie daran, ne? Okay. Es gibt nur Fernlicht. Packen müssen wir noch nicht. Fall jetzt nur geradeaus, ne? Kommen wir auch zurück. Ja. Ja. Gut. Ja, 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 ja. Ah, was macht das Auto? Weil es behäbig ist. Guck mal, wie schön der Sternchen ist. Bestimmt sind unsere Tiere schon wieder tot. Es ist viel zu spät. Wir müssen uns beeilen. Ja, also Teflon, so was fragt man eine Dame ja eigentlich nicht, ne? Wer bist du eigentlich? Ah, wir müssen hier rum. Was hat mich neulich gehört? Ähm, ich bin näher an der 30 als an der 20. Aber dass ich schon 45 bin, weiß ja keiner. Hat mein Kollege am Wochenende erzählt, wie auch der der, das ist auch geil. Ich bin nicht 45. Aber, also wenn, dann hätte ich mich schon gut gehalten. Da hätte ich auch wieder Respekt. Aber, ne? Oh nein, das ist ein Kuh und ein Schwein tot. Schon wieder? Und diese Kuh hat hier einen Bark. Okay, jetzt nicht mehr. Warum sind denn die mal tot? Die waren doch gesund. Ja, weil hier was kam und unsere Tiere getötet hat. Jetzt schon? Das sind doch noch nicht mal 10. Nee, die schlafen draußen. Ach so, wollte ich da sagen. Ach, das ist die Kuh hat nur geschlafen. Ja, natürlich, verwalten. Ach, Leute. Kommt da alle mal rein. Ich bringe nochmal eben unsere Milch weg. Weil, wie gesagt, eins... Du bist ein stiller Beobachter. Warum? Trau dich. Jetzt darf ich hier allein die Kühe einpacken. Das dürfen ja die Leute auch still beobachten. Du bleibst hier drin, du dobe Kuh. Bin gleich wieder da. Ja. Komm rein. Kommst du rein. Boah, diese Karre. Geh weg, geh weg. Geh weg. Kann man die eigentlich wieder verkaufen? Stimmt. Komm her. Ich würde nämlich gerne den anderen Pick-up dann mal ausprobieren. Der hier ist ja echt ätzend. So. Wo ist denn die andere Kuh? Jetzt ist eine Kuh weg. Eine war schon drin, glaube ich. Oder? Also es ist kein Geheimdienst. Ich bin 27. Nee. Komm rein, Schwein. Die Kuh ist weg. Ich glaube, die ist dir hinterhergelaufen. Hä? War die Tür noch auf, oder was? Ich weiß es nicht genau. Ich weiß es nicht genau. Das kann sein. Ich glaube, ich habe hinter mir die Tür nicht zugemacht. Ich muss jetzt mal die Kuh suchen gehen hier. So ein Scheiß. Die Braune ist weg. Oh, ist schon closed? Schade. Ich habe es nicht mehr geschafft. Nee. Nee. Ah. Guck mal rein. Aber nee, Schwein, Schwein, Kuh. Na, vielleicht begegne ich ihr ja gleich. Genau. Ist mir blöd, ich kriege sie nicht rauf. Ja, Kuhu, du wieder. Ist sie noch draußen? Liegt sie hier? Irgendwo schläft und ich bin zu blind? Süßchen nicht. Ja, so kann man es auch machen. Also ich bin ihr auch noch nicht begegnet. Scheiße, da ist sie weg. Aber wo ist denn die hin? Ich habe keine Ahnung. Sie war eben auch im Stall. War auch der Mann, was sie war drin. Das war doch die, die drin war. Das war doch auch die, die wunderbar. Ja. Ich wünsche dir nichts. Ich wünsche dir. Ich wünsche dir. Untertitelung des ZDF für funk, 2017